So, da sind wir wieder bei GTA 5. Ich muss mal ganz kurz gucken. Mein Kopfhörer ist irgendwie so kacke. So, jetzt geht's wieder. Und wir sind hier in dem super Biowaffenlabor, was die Amerikaner benutzen, um sich selbst anzugreifen, um Gelder für die Terrorbekämpfung zu bekommen. Super, ne? Das müssen wir ausschalten übrigens. Are we ready? I was born ready. Let's do that. Come on, Dave. What's the plan? Hey, hey, hey. We locate the toxin and action our escape strategy. That's what we got. Great. Lead the way. Dave, you're on point. I'm leading from the rear. Against the wall, quick. What the heck? Move it! Get that out of my face. Ach ja, wir sind die Guten jetzt. Wir dürfen ja keine erschießen. Hands where I can see. I've dropped their piece. You're making a big mistake, buddy. Make him shake like a stripper's tit, Mike. Super. Okay. Now hit the elevator. Das ist super funny mit so einer Knarre hier. Ey, ist geil. Ich hoffe, ich kriege die auch im freien Spiel. So what exactly does a neural attack look like? Elevators coming down. Someone's on board. Oh crap. Out, out, get the pass. All right. We go. Dann mal los. Ich bin gespannt. How do you feel about this? I feel pretty damn fine. Yeah, if only your camera crew was here. Eyes right. Stay on top of this. Clear. Let's go. Two lab geeks. Got to deal with them. They're down. Let's go. Oh, das wird knappe. The door goes around to the left. Okay. Okay. Stay against this wall. Security is scheduled to come through here. Noi. They're honest. Make a judgment call. I dare you. Just a little pinprick. Oh, okay. Alles gut. Dass sie ja keine Überwachungskameras haben, wundert mich ganz ehrlich. Kein Ding. Was? 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 Was soll ich jetzt machen? You! Hand up! We drop your buddy. Now open the door before we blow it and drop you. The special agents have the door. Go in there and secure our nerve agent. Okay, das Nervengift. Ab dafür, würde ich sagen. Das wird mich... ... 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 Ich glaube, ich nehme mal eine richtige Waffe, oder? Was habe ich denn hier? Warte mal, Alter. So. Karabiner. Das ist doch super. Ich glaube, der hat gerade eine Granate gedroppt. Ich denke, der hat noch die Flüge gemacht. Let's keep moving. Up to here. Woa. You chose the wrong way to work. Help! Oh my God! Oh my God! Alter! Fick dich! Stop the fucking weapon. Come on, you ass. It's them for a few million civilians. Come on, let's go. ja ich bin da ich bin auch schon hinter dir das kriegen wir hin scheiße es war nur ein kleiner abstecher die wand das sieht immer so geil aus wie er von der wand abprallen oder wie überhaupt alle von der wand abprallen wo was alter Affen und noch mal die Frage Affen hallo haben wir heute haben versucht hier okay ich versteh schon was du vorhattest ja das wäre echt dumm ich bin dabei okay jetzt kann ich mich ein bisschen vorwagen wo ist eine andere da hinten liegt da so ja das war's oder was erlebt noch wo denn da hinten oder was so ist das also packe ich da mal rein ja super jetzt darf ich das abschleppen das ist doch super muss ich was muss ich denn okay 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 ja geil die sind so bescheuert dass sie auf mich schießen ich hab das gibt hier drinnen leute das war nicht so dumm ja 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 und das ja 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 Das ist gar nicht so leicht, wie es aussieht, Leute. Nein, nicht schleifen. Tja, so. So. Achso, ich hätte nur loslassen müssen. Okay, lande den Hubschrauber, gar kein Problem. Einfach super geklappt. Das ist krank, Mann. So, die Kämikäle in hier, richtig? Wenn es sogar eine Kämikäle ist, könnte es eine Kämikäle für alles wissen. By the way, nächste Mal, du wirst dich verletzt. Oh, aber es wird nicht eine nächste Mal, will there, Davey? Es ist niemals. Ich mache mein Bestes für dich. Ich versuche immer. Ja, vielleicht diese Mal, wir werden uns glücklich. Vielleicht diese Mal, Steve wird durch die Strahlung der Anwendung der Anwendung. Anwendung? Du wirst du wunderschön? Sie werden wahrscheinlich ihn jetzt schützt. Hey, Davey, deine Anwendung an der Anwendung sind, du wißt du? Huh? Du und Stevie. Just try and keep your heads down. Ja, putz. Was ist das? Oh, fucking A. Yes! Was ist das? Meine Tage in der Wildern sind vorbei. Lester, er hat sich mit dem Mexikaner-Geräuschen verletzten. Er hat ihm das Artifact. Jetzt, als ich Trevor angeht, die Frau, wir sind gut. Aber was ist er, Mann? Ja, fuck ihn. Er liebt den Dessert. Besonders, wir machen eine große Schöne, wir müssen alle unsere eigenen eigenen Weg gehen. Oh, Mann. Ich kann nicht warten, um zurück zu diesem Film-Studio zurück. Ja, okay, Mann. Was ist das? Ich will dich später, dann, okay? Was ist das? Ich will dir sagen, was, du kannst diesen Dessert nehmen und es stecken. Meine Leben ist vielleicht ein Welt der Schöne, aber von hier an raus wird es ein cooles, komfortliches Schöne, 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 Schöne. Geh es einfach. Oh, Mann. Er hat auch was abgekriegt, ey. Na, ich muss zu Trevor, oder was? Den Heli loswerden, oder wie sieht's aus? Ich bin gespannt. Na, komm, lad, 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 lad. Ach, ich muss die Frau abliefern. Okay, okay. Ich habe eine Wunderschöne Zeit, Trevor. Aber wir wissen beide, ich habe eine Waube zu meinem Mann gesagt. Ich weiß. Du hast eine große Schöne in dir, aber du bist ein schönes Mann. Ich habe nie so glücklich, so schade in meinem Leben. Du hast eine schönes Wunschwunsch mit Worten. Das ist ja eine emotionale Szene, aber ich weiß, wenn wir heute, dann ist das schon. So ein bisschen lustig, ne? So ein bisschen. Oh. Ja, da ist doch, da ist es doch. Schön. Wir sind gleich da, dürfen Patricia abgeben. Dürfen es, ja. Ich hoffe, der Typ kleidet mich nicht ab. So. Ich bin gespannt, wie es ausgehen wird, ey. Hoch. Besser ist. Alleine in ihrem komischen Joggy-Anzug. Ich bin gespannt, Mann. Ich werde, amigo. Wenn man nicht mehr so gut ist, dann ist das andere hier. Natürlich. Die Art, wie ich sehe, ich sage, du und ich und Michael, wir sind Freunde, wir sind Freunde. Wir sind Freunde, Freunde. Wir sind so Freunde, dass wir einen tollen Versuchungen machen, um einander zu verhindern. Das ist perfekt. Ich danke Michael für diese Statue. Es ist exklusiv. Oh, wow. Unglaublich. Ich habe wieder Geld eingenommen, sehe ich gerade. Bro, see. Ja. Ganz toll. Ja, und ich würde sagen, ich gucke mal noch mal in meinen Monats-Dings. Oder meine Einnahmen. The Hand House. Hä? Heißt das nicht The Man House? The Hand House? Echt jetzt? Sehr schön. Neue Waffen. Und was haben wir hier? Ach so. Ach ja, alles klar. Gut, dann haben wir es erledigt. Vielen Dank für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. Bis zum nächsten Mal.